Astronauten verstehen sich als Forschungsreisende und ihr Horizont liegt weit jenseits unseres Planeten. Astronauten träumen von Mondflügen, Marslandungen und Reisen in das unendliche Weltall. Allein in unserer Galaxie, der Milchstraße, sollen 100.000 Milliarden Planeten auf die Ankunft der Menschheit warten. Doch müssen wir Menschen ins All schicken? Sind Roboter, Sonden und Satelliten nicht die besseren Helfer der Wissenschaft? Hat die bemannte Raumfahrt ausgedient? Die Nationen der Erde sind bestrebt, mit vereinten Kräften den Weltraum zu erobern. Dabei sind Astronauten die großen Hoffnungsträger. Die Ausbildung des Nachwuchses ist auch Aufgabe der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Derzeit simulieren hier rund 100 Astronauten, Kosmonauten, Spassionauten, Taikonauten und Gaganauten unermüdlich den Aufenthalt im Weltraum. In der Hoffnung, eines Tages auf eine möglichst weite Reise ins All geschickt zu werden. Ich würde sagen, wir stehen im Dienste der Menschheit. Das mögen große Worte sein, aber Astronauten werden gebraucht, weil sie zurückkehren und ihre Gefühle beschreiben können. Jeder von uns erinnert sich an das von den Apollo-Astronauten aufgenommene Foto der Erde, die Wiege des Lebens inmitten von Dunkelheit. Diese Bilder sind sehr beeindruckend. Wir müssen dieses Erbe nutzen, damit all das nicht umsonst war und wir noch weitere große Abenteuer bestehen können. Die ersten Schritte auf dem Mond. Das fasziniert mich persönlich. Und für unsere Gesellschaft hoffe ich, dass wir eines Tages in die Fußstapfen dieser Astronauten treten werden. Auf den Mond fliegen? Der Mond. Auf dem Mond ist die Menschheit doch schon gewesen. Dafür wurden damals, mitten im Kalten Krieg, im Wettlauf gegen die Russen, 400.000 Ingenieure und Techniker mobilisiert. Die Relikte dieses Abenteuers sind heute im Museum zu bewundern. 170 Milliarden Dollar später. Das ist der Preis für ein Bild auf dem Mond. Die Menschen sind also auf dem Mond gewesen. Einmal, zweimal. Beim dritten Mal stand die Nachricht schon nicht mehr auf der Titelseite. Beim vierten Mal war die Eröffnung von Disney World wichtiger. Später galt das Hauptinteresse Mick Jagger oder der Erfindung der Sofortbildkamera, während die Astronauten in die Rubrik Vermischtes verbannt wurden. Wer erinnert sich heute noch an Gene Cernan, der im Dezember 1972 als letzter Mensch die Mondoberfläche betrat? Die Bilder der NASA zeigen einen gut gelaunten Mondspaziergänger, der sogar Golf spielt, aber auch einen etwas steifen Helden. Nicht veröffentlicht dagegen wurden die Aufnahmen eines erschöpften Gene Cernan, der wie ein Bergmann mit dem schwarzen, wahrscheinlich krebserregenden Staub des Mondes bedeckt ist. Die Schlacht der Bilder hatte gerade erst begonnen. Und hier ist er. 40 Jahre später zieht Cernan eine bittere Bilanz. Mangels wissenschaftlicher Herausforderungen, ausreichendem Budget und öffentlicher Unterstützung, musste er seine Moonboots wenig später in die Ecke stellen. Mein Name ist Eugene Cernan. Ich war Marineflieger, bin als Käpt'n aus der Navy ausgeschieden und habe an Gemini und Apollo Missionen teilgenommen. Ich war dreimal im Weltraum. Erst an Bord von Gemini 9, dann bei der Mondlandung von Apollo 10 und schließlich als Kommandant von Apollo 17. Damit war ich der letzte Mensch, der seine Fußspuren auf dem Mond hinterlassen hat. Sechs Mondlandungen und immer dasselbe Bild. Elf Militärangehörige und ein einziger Wissenschaftler. Ein Geologe. Insgesamt wurden 385 Kilo Gesteinsproben gesammelt. Die sechs Apollo Missionen haben unser Wissen über den Mond erheblich vergrößert. Bodenanalysen ergaben, dass dieser tote Himmelskörper durch eine kosmische Katastrophe entstanden ist. In der Frühzeit unseres Sonnensystems kollidierte ein Protoplanet namens Theia mit der Ur-Erde. Bei diesem Einschlag wurden zahlreiche Bruchstücke in den Weltraum geschleudert, die sich in der Erdumlaufbahn sammelten und im Laufe der Zeit den Mond bildeten. Die Astronauten ließen Spiegel auf der Mondoberfläche zurück. Sie konnten mit Laserteleskopen angepeilt werden, um die komplexe und in unserer Galaxie fast einzigartige Beziehung zwischen unserem Planeten und seinem Satelliten zu erforschen. War das Apollo-Programm also ein wissenschaftlicher Erfolg? Sicherlich. Aber das musste man von einem Programm auch erwarten können, das das vier- bis fünffache des Bruttoinlandsprodukts eines Entwicklungslands kostete. Wer weiß schon, dass die Sowjets praktisch die gleichen Ergebnisse erzielten, allerdings für ein Prozent der Kosten des Apollo-Programms. Auch Mondgestein haben die Sowjets zur Erde gebracht, aber mit ferngesteuerten Sonden. Eine technologische Spitzenleistung. Die Russen setzten in den 70er Jahren Roboter ein. Sie landen unbeschadet auf dem Mond. Im sogenannten Meer der Ruhe, im Meer der Fruchtbarkeit, im Meer des Regens, im Meer der Gefahren und sogar im Ozean der Stürme. Diese Lunochots fahren zig Kilometer weit durch den für Menschen so gefährlichen Mondstaub. Doch was ist von dieser Epoche geblieben? Ich habe Apollo 17 nie als das Ende, sondern immer als den Beginn einer ganz neuen Ära in der Geschichte der Menschheit gesehen. Ich glaubte fest daran, dass wir nicht nur erneut zum Mond fliegen, sondern bis zur Jahrhundertwende auch den Mars erreichen würden. Das habe ich bereits 1973 öffentlich gesagt, sodass mehr als ein Vierteljahrhundert verging, bis klar war, dass ich Unrecht hatte. Leider sind wir heute noch genauso weit von einer Mars-Mission entfernt wie vor 40 Jahren. Das ist sehr bedauerlich. Captain Sarnons junge Nachfolger in Köln dagegen hegen keinerlei Groll. Von dem her denke ich, dass es keine Frage ist, ob, sondern das ist eine Frage der Zeit, wann wir auch auf dem Mars landen werden oder auf anderen Planeten. Mars, der Mond, ein Asteroid, da sind wir nicht wählerisch. Ich denke, der wissenschaftliche Nutzen wird in jedem Fall groß sein, sonst würden wir nicht fliegen. Wir persönlich werden gern in jede beliebige Richtung starten. Bis dahin wird im Schwimmbecken trainiert. Der 32-jährige Thomas Pesquet ist der jüngste europäische Astronaut, beziehungsweise der erste so junge Raumfahrer. Denn ein Astronaut ist immer bei irgendetwas der Erste. Der erste Mensch im Weltraum, Juri Gagarin. Der erste Mensch auf dem Mond, Neil Armstrong. Aber auch der erste Mensch, der frei im Weltraum schwebte, Alexei Leonov. Der erste Europäer im All, Jean-Luc Chrétien. Die erste Französin, Claudie Enjere. Der erste zweite Belgier im All, Frank de Winne. Das erste Zwillingsastronautenpaar, Mark und Scott Kelly. Und sogar der erste Raumfahrer, der wagte, in der Schwerelosigkeit Werbung zu machen. Juri Onufrienko. Nach ihrer Rückkehr zur Erde werden die Helden als Statuen verewigt und dann sehr schnell vergessen. Ihr Sturz ist tief. Und so sind sie schon bald die Letzten. Doch aus ihrer Sicht ist auch das ein Rekord. Sie lassen sich niemals entmutigen, denn alle Astronauten der Welt teilen dieselbe Begeisterung. Auf der Erde wird der Platz langsam knapp. Und die Ressourcen unseres Planeten reichen heute nicht mehr aus, um die Bedürfnisse seiner Bewohner zu befriedigen. Über zukünftige Missionen wird derzeit diskutiert. Diese Entscheidung steht noch aus. Für manche wäre das eine Rückkehr auf den Mond, für andere bestände der nächste Schritt in einer Marsmission. Wozu eine Marsmission? Etwa um vergleichende Planetenforschung zu betreiben und herauszufinden, warum der Mars erkaltet ist und seine Atmosphäre verloren hat. Denn dasselbe Schicksal könnte langfristig auch die Erde ereilen. Eine solche Mission ist eine große technologische Herausforderung. Man muss genügend Verpflegung, Sauerstoff und Wasser für anderthalb Jahre mitnehmen. Auch in psychologischer Hinsicht ist das ein sehr komplexes Projekt. Aber der Mensch braucht solche komplexen Missionen in die dritte Dimension. Ein Flug zum Mars? Nach drei Wochen wären Erde und Mond nur noch zwei winzige Punkte, die schon bald außer Sicht geraten würden. Dann säßen die Astronauten viele Monate lang in ihrem Raumschiff gefangen. Ihr einziger Orientierungspunkt wäre die von Dunkelheit umgebene Sonne, deren Licht alle Sterne überstrahlen würde. Während ihres Fluges müssten die Astronauten praktisch bewegungslos in ihrer engen, stickigen Kapsel ausharren. Und hätten nur eine schwache, bald um 20 Minuten verzögerte Funkverbindung zur Erde. Womit würden sie sich während der vielen Monate beschäftigen? Vor allem mit sich selbst. In der Schwerelosigkeit verliert der Mensch schnell an Muskelmasse. Sport ist daher ein Heilmittel, das im Weltraum schnell zur Obsession werden kann. Sollten sie jedoch auf der langen Reise durchs Weltall den Verstand verlieren, wäre eine eilige Rückkehr zur Erde ausgeschlossen. Denn während der Mond sich ruhig um die Erde dreht und dabei stets einen Abstand von 380.000 Kilometern einhält, ist es beim Mars komplizierter. Er dreht sich zwar wie die Erde um die Sonne, aber seine Entfernung zur Erde schwankt zwischen 56 und 400 Millionen Kilometern. Das Raumschiff dürfte also den richtigen Moment nicht verpassen. Wenn sie das Gravitationsfeld der Erde verlassen und Kurs auf den Mars nehmen, müssen sie die Sonne halb umrunden. Sie befinden sich also auf der Umlaufbahn um die Sonne. Im Falle eines ernsten Problems müsste die Sonne vollständig umrundet werden, um zur Erde zurück zu gelangen. Und dann hätten sie ein Treibstoffproblem. In einem Vorort von Moskau werden Mars-Spaziergänge trainiert. Während einer 520 Tage langen Simulation sollen die, Zitat, Auswirkungen der Isolation auf Psyche und Verhalten untersucht werden. Über 6000 Männer und Frauen haben sich als Kandidaten beworben. Schließlich wurden sechs männliche Ingenieure und Ärzte ausgewählt, um an dieser simulierten Mars-Mission teilzunehmen. Eine Reihe von Experten wechseln sich Tag und Nacht bei der Verhaltensanalyse ab. Der Zusammenhalt innerhalb der Crew ist gut. Es gibt nicht zwei oder drei getrennte Gruppen, sondern nur eine fest zusammengeschweißte Mannschaft. Obwohl die Crew aus einem Franzosen, einem Italiener, drei Russen und einem Chinesen besteht, herrscht Eintracht innerhalb der Gruppe. Ich habe an Kongressen teilgenommen, auf denen über die Zusammensetzung einer Mannschaft diskutiert wurde. Manche waren für eine offene Mischung, also ohne feste Paarungen, damit sich alles frei entwickeln kann. Es wurden auch Beispiele genannt. Alles ist vorstellbar. Aber ich gebe zu, dass wir bezüglich der Zusammensetzung der Crew keine Regeln haben. Wir sind daher dankbar für Empfehlungen und Erfahrungsberichte. Ob es wohl klug war, diese Debatte der Wissenschaftler auf später zu verschieben? Jedenfalls stellen die Experten des Experiments Mars 500 schnell fest, dass die sechs jungen Männer über vielfältige Fähigkeiten verfügen, die ihnen das Überleben auf engstem Raum erleichtern. Ein großer dramaturgischer Moment für die freiwilligen Probanden ist die simulierte Ankunft auf dem Mars, in einer sorgfältig aufgebauten Kulisse. Nach ihrer Reise zum Mars, die 250 Tage gedauert hat, haben die Astronauten in dieser Schleuse ihre Raumanzüge angelegt und mehrere Mars-Spaziergänge unternommen, um Forschung zu betreiben und Proben zu sammeln. Forschung? Mit dem Pilgerstab in der Hand über den roten Planeten spazieren? Das Kino tut dies bereits seit den 50er Jahren. Wie Pavel Klushantsev, der sowjetische Meisterregisseur des Science-Fiction-Films. Diese legendären, romantisch verklärten Bilder des Weltraums scheinen bis heute durch die Köpfe der Astronauten zu spuken. Und da sind sie nicht die einzigen. Inzwischen engagiert sich eine internationale Organisation, die Mars Society für die Erforschung des Planeten. Ihre 4000 Mitglieder setzen sich in über 50 Ländern für die bemannte Raumfahrt ein. Doch wir bleiben einstweilen auf der Erde und besuchen die Pariser Sektion der Mars Society, die von einem ehemaligen Raumfahrtingenieur geleitet wird. Für viele von uns hat der Ruf des Unbekannten und des Abenteuers eine große Bedeutung. Wird sich der Mensch eines Tages auf dem Mars niederlassen? Das ist nur eine Frage der Zeit. Vorstellbar wären Kolonien, deren Bewohner 10 bis 20 Jahre oder sogar lebenslang auf dem Mars bleiben. Natürlich müssten die Wohngebäude geschützt werden. Das ist relativ einfach zu bewerkstelligen, etwa mit zylinderförmigen Modulen, die mit Regolith bedeckt werden. Pulverisiertes Gestein, das sich überall auf dem Mars und auf dem Mond findet. Dabei wäre es möglich, an einem Ende eine verglaste Öffnung einzubauen, eine Art Veranda, auf der sich die Leute entspannen könnten, wenn auch mit einem Dosimeter. Pro Monat oder Jahr wäre nur eine bestimmte Strahlendosis erlaubt. Es gibt aber noch andere Konzepte, wie etwa die Idee, keine erwachsenen Menschen, sondern eingefrorene Embryonen zum Mars zu schicken, die erst kurz vor der Ankunft aufgetaut und dann aufgezogen werden, sodass sie sich nicht mehr an die Reise erinnern. Die eigentliche Frage ist jedoch, ob sie unter den dortigen Bedingungen überleben könnten. Deswegen habe ich vorhin von einer experimentellen Kolonie gesprochen, in der nicht nur die technischen und wirtschaftlichen, sondern auch die gesellschaftlichen Aspekte untersucht werden. Ist es wirklich nur eine Utopie, eine von der Erde unabhängige Marskolonie zu gründen? Die Wandlung zum Marsmenschen wird nicht leicht werden. Wir wissen, dass der Mars nicht von einer Magnetosphäre umgeben ist. Wenn wir ihn besiedeln wollten, müssten wir eine künstliche Magnetosphäre schaffen, um uns vor der kosmischen Strahlung zu schützen. Ich habe keine Ahnung, wie das gelingen könnte, aber wir bräuchten sicherlich mehrere Atomkraftwerke auf dem Mars, um ein ausreichend starkes Magnetfeld aufzubauen. Es heißt immer, die Erde sei bald unbewohnbar. Aber um den Mars bewohnbar zu machen, müssten wir weitaus größere Anstrengungen unternehmen, als um die Erde zu retten. Wir würden Ressourcen aufwenden, die wir eigentlich brauchen, um hier überleben zu können. Und das für einen Planeten, bei dem nicht mal sicher ist, dass wir dort überleben könnten. Unterdessen bereitet sich die Moskauer Marskolonie auf die Rückkehr zur Erde vor. Natürlich wusste jeder von ihnen genau, dass er den Moskauer Schuppen im Notfall sofort hätte verlassen können. Die Fiktion von der Eroberung des Weltraums. Echte Astronauten sind bei ihrer Rückkehr aus der Schwerelosigkeit zumeist vollkommen erschöpft. Die Wahrheit ist, der Mensch ist bereits seit sieben Jahren auf dem Mars unterwegs. Diese junge Frau überwacht die ersten virtuellen Schritte der Menschheit auf dem roten Planeten. Jeden Morgen geht sie ins kalifornische Jet Propulsion Laboratory. In ihrem kleinen Büro sichtet Tara Estlen die Fotos, die er der Roboter Opportunity während der Nacht geschickt hat. Mars hier und heute. Zum Greifen nah. Doch so leicht geben sich die Astronauten nicht geschlagen. Wir versuchen mithilfe einer Reihe von Instrumenten so viele Gesteinsdaten wie möglich zu sammeln. Wir können Aufnahmen machen, spektrometrische Messungen vornehmen oder auf einen Felsen fahren und dort Instrumente platzieren, die Informationen über seine Zusammensetzung sammeln. All diese Daten werden dann zur Erde übertragen. All diese Daten werden dann zur Erde übertragen. Vor allem können bemannte Raumkapseln aus Gründen der Sicherheit nur an bestimmten Orten landen. Aber das sind nicht unbedingt die Orte, die die Wissenschaftler interessieren. Die möchten vor allem die Lehnböden untersuchen, die jedoch nicht unbedingt sicher sind. Hinzu kommen Probleme mit Wind- und Höhenlagen. Die Rover haben für die Wissenschaftler viele Vorteile. Sie können zu ganz verschiedenen Orten fahren und ähnlich wie ein Wissenschaftler unterschiedliche Messungen durchführen. Wir haben eindeutig bewiesen, dass dies die beste Methode zur Erforschung der Mars-Oberfläche ist. 2018 werden wir einen Rover zum Mars entsenden, der Proben einsammeln und in ein Lager bringen soll. Um 2022 oder 2024 schicken wir dann einen weiteren Rover, der die Proben zurückbringen wird. Dieser Roboter wird auf dem Mars landen und dann mit den Proben zur Erde zurückkehren. Die Roboter dienen als Kundschafter und führen Experimente durch. Aber sie können nur das tun, wofür sie programmiert sind. Wenn ein Roboter dasselbe leisten soll wie ein Mensch, braucht man tausend Roboter. Eine bemannte Mission kostet tausendmal so viel wie eine Mars-Mission mit Robotern. Das bleibt sich also gleich. Aber einen Menschen kann man nach Abschluss der Mission fragen, wie es auf dem Mars war. Einen Roboter nicht. Sie werden nie erleben, dass ein Roboter ruft, ach sie mal. Die Kluft zwischen den Fähigkeiten der Roboter und den Fähigkeiten des Menschen wird sich in den nächsten Jahrzehnten noch weiter vergrößern. Die Gründe dafür liegen im zunehmenden technischen Fortschritt. Die Zukunft könnte einem Roboter gehören, dem Robonauten R2. Der Mensch hat ihn nach seinem Bilde geschaffen. Vielleicht, um nicht gänzlich das Gesicht zu verlieren. Die Roboter jagen die Astronauten. Wie lässt sich der Mensch wieder ins Zentrum des Universums rücken? Der Astronaut verkörpert eine imaginäre Verbindung zwischen Menschheit und Kosmos. Und ihm ist es vorbehalten, anderen von einer Reise durchs All zu berichten. Der erste Europäer im Weltraum. Jean-Luc Chrétien befindet sich auf einer Vortragsreihe, die ihn quer durch Frankreich führt. Auch er muss sich derselben immer wiederkehrenden Frage stellen. Sind bemannte Weltraumflüge wirklich nötig? Monsieur? Quel intérêt de continuer à pouvoir envoyer des hommes dans l'espace, alors qu'on peut aujourd'hui envoyer des sondes, qui nous retournent des images ou des informations peut-être suffisamment intéressantes, sans forcément voulohme? Alors, si on fait ça, on se tourne vers une nouvelle génération d'individus qui vivront de plus en plus dans une réalité virtuelle, donc avec des lunettes 3D, des commandes vocales pour des jeux vidéo, etc., et s'enfermeront progressivement dans un monde virtuel. Ce n'est pas notre vocation. On nous a donné des jambes, des bras, un petit cerveau, et il faut que ça bouge, tout ça. L'homme n'est pas fait pour ce genre d'activité. L'homme est fait pour courir, se démener, survivre. On lui a donné un gène qui est le gène de l'explorateur. Si on envoie des robots à la place de l'homme, c'est une déformation de ce que fait l'homme. Il envoie des robots pour le précéder. Der Astronaut träumt davon, eine Botschaft zu vermitteln. Als ich auf dem Mond war und zur Erde zurückblickte, hatte ich Schwierigkeiten, meine Gefühle zu beschreiben. Denn die Schönheit der Erde inmitten all der Dunkelheit war einfach überwältigend. Zu sehen, mit welcher Perfektion sich die Erde alle zwölf Stunden einmal um ihre eigene Achse dreht, war ein unvergleichliches Erlebnis. Während der drei Tage, die ich auf dem Mond verbrachte, hatte ich das Gefühl, auf Gottes Veranda zu sitzen. Währenddessen in einer anderen Zeit, 17 Milliarden Kilometer von Houston entfernt, befindet sich die Raumsonde Voyager auf einer Reise, die vor 35 Jahren begann. Kein Astronaut in Sicht. Nichts als Leere. Die Sonde sendet laufend Daten zur Erde. Sie wird unser Sonnensystem schon bald verlassen. Während die Astronauten in den letzten vier Jahrzehnten vom Mond oder vom Mars träumten, haben die Astronomen ein vollkommen neues Bild vom Kosmos gezeichnet. Alle Planeten unseres Sonnensystems und ihre zahlreichen Satelliten sind von Raumsonden angeflogen und durch Teleskope beobachtet worden. Ein amerikanischer Wissenschaftler hat sein Leben dem Kosmos geweiht, ohne jemals viel weiter gereist zu sein als nach Stockholm. Der Physiker und Nobelpreisträger Steven Weinberg hält nicht viel vom großen Abenteuer der bemannten Raumfahrt und ist kein Befürworter einer Wissenschaft, die sich auf die Arbeit von Astronauten stützt. Für mich hat die bemannte Raumfahrt keine spirituelle Dimension, sondern entspricht eher einer sportlichen Leistung. Sie ist eine schwierige Herausforderung an die menschlichen Fähigkeiten und etwas, an dem ich selbst nicht teilnehmen könnte. Ich wäre als Astronaut ungeeignet. Das ist so, als würde man den Mount Everest besteigen oder die Tiefen der Ozeane erforschen. Das sind aufregende, körperlich und geistig anspruchsvolle Herausforderungen, die ich jedoch nicht als bewusstseinserweiternd sehen würde. Was unser Bewusstsein erweitert, sind Kunstwerke und Liebesbeziehungen, aber auch die Erforschung der Natur und des Universums. Nur so können wir uns eine Vorstellung davon machen, wie die Natur von mathematischen Gesetzen gesteuert wird und lernen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Aber ich glaube nicht, dass die bemannte Raumfahrt hierzu beiträgt. Die gründliche Erforschung unseres Sonnensystems ist eines der großen geistigen und wissenschaftlichen Abenteuer unseres Jahrhunderts. Natürlich leben wir, so hoffe ich zumindest, nicht in einer Gesellschaft, die nur materielle und wirtschaftliche Ziele verfolgt. Und daher kommt der gesamten Astronomie, zu der die Erforschung des Sonnensystems gehört, sehr große Bedeutung zu. Allerdings müssen wir uns fragen, was die bemannte Raumfahrt zu diesem Ziel beitragen kann. Und hier habe ich starker Zweifel. Denn ein bemannter Raumflug ist mit hohen Kosten für die Versorgung und Sicherheit der Astronauten verbunden, da sie möglichst wieder zur Erde zurückgebracht werden sollen. Könnte es sein, dass wir unsere Helden gerade wegen dieser hohen Kosten weiter in den Weltraum schicken? Jedenfalls starten sie mit schöner Regelmäßigkeit zu den seltsamsten Missionen. Eine endlose Folge von NASA-Bildern rühmt die unentbehrliche Tatkraft der Männer, die das Hubble-Weltraumteleskop reparieren. Eine Arbeit, die sich in den letzten Jahren zum ganzen Stolz der Astronauten, ja sogar zu ihrer Existenzberechtigung, entwickelt hat. Dabei ist Hubble eine Art undefiniertes Flugobjekt in der Geschichte der Raumfahrt. Es ist das bislang einzige Teleskop, dessen Konzept regelmäßige Reparaturen in der Umlaufbahn vorsieht. Ohne das Hubble-Teleskop würde es auch keine Astronauten geben, die es reparieren können, denn es hat von Anfang an erhebliche Probleme bereitet. Über der Bewunderung für die ständigen Reparaturmissionen in der Umlaufbahn, die sicherlich eine großartige technische Leistung darstellen, wird oft vergessen, dass es auch möglich gewesen wäre, mehrere Hubble-Satelliten zu bauen und nach dem Ende der Lebensdauer des Ersten einen Zweiten zu starten. Bei den Gesamtkosten für Hubble kommen sie mit den Transport- und Reparaturkosten auf eine horrende Summe. Die Raumfahrtprogramme haben große wissenschaftliche Fortschritte ermöglicht. Wir haben Observatorien ins All geschickt, die neue Sterne und Galaxien entdecken konnten und die uns eröffnet haben, dass sich die Ausweitung des Universums beschleunigt. Sie konnten auch Reststrahlung aus der Entstehungszeit des Universums untersuchen. Das war eine goldene Ära der Astronomie, die wir vor allem den Weltraummissionen zu verdanken haben. Allerdings waren das durchweg unbemannte Missionen. Weder das Hubble-Weltraumteleskop noch andere Satelliten, die uns eine Fülle neuer Daten über das Universum liefern, haben Menschen an Bord. IRIS, ISO, Hipparchos, Koro, Gaia, Kepler, Herschel, Spitzer, Soho, Planck. All diese wissenschaftlichen Satelliten arbeiten eine Million Kilometer von der Erde entfernt. Für Astronauten unerreichbar. Und es kam, wie es kommen musste. In Houston herrscht Endzeitstimmung. Der amerikanische Präsident hielt eine historische Rede, die viele als unvermeidlich erachteten. Aufgrund der Ergebnisse einer Expertenkommission im sogenannten Augustin-Bericht stellt Präsident Obama das Constellation-Programm seines Vorgängers George Bush ein. Er bestätigt das Ende des Space Shuttle-Programms und verkündet, dass es keine Rückkehr auf den Mond geben wird. Auch eine eventuelle Mars-Mission wird auf Eis gelegt. Die Astronauten sind verbittert. Sie wissen, dass ihre Raumfähre nun auf dem Friedhof der enttäuschten Hoffnungen landen wird, wo sie neben vielen anderen ausgemusterten Raumfahrzeugen den gleichgültigen Blicken der Touristen ausgesetzt ist. Ich war sehr enttäuscht über das Ende des Constellation-Programms. Besonders, weil Obama stattdessen ein Raumfahrtprogramm begründet hat, das wir als Mission nach nirgendwo bezeichnen. Es hat keine genauen Ziele. Wir können zwar eine Raumsonde oder eine Rakete bauen, aber wozu soll das ohne Mission gut sein? Man kann das Space Shuttle-Programm nicht einfach streichen, ohne etwas Ähnliches wie das Constellation-Programm an seine Stelle zu setzen. Wir stellen das Space Shuttle-Programm ein, obwohl wir über die besten Raumfähren verfügen, die jemals gebaut und eingesetzt wurden. Obama hat nicht aus einer Laune herausgehandelt, sondern einen wichtigen Bericht, den Augustin-Bericht, in Auftrag gegeben. Wer den Augustin-Bericht liest, stößt gleich zu Anfang auf den Satz, die Frage nach dem Zweck der Raumfahrt muss der Entscheidung für die Raumfahrt vorausgehen. Bislang haben wir es umgekehrt gemacht. Wir sind zum Mond geflogen und haben hinterher überlegt, wozu das gut sein könnte. Norman Augustine, der Autor des von manchen so heftig kritisierten Berichts, lebt in der Nähe von Washington. Die amerikanischen Astronauten werden nun von Baikonur aus starten. Viele sind darüber unglücklich, dass wir unsere Astronauten nun für sechs oder sieben Jahre nicht mehr selbst in den Weltraum schicken. Die NASA geht von einem kürzeren Zeitraum aus. Hoffentlich hat sie recht. Der größte Widerstand gegen die Einstellung des Space Shuttle-Programms kam von Zulieferern und den NASA-Zentren, die stark an diesem Programm beteiligt waren. Das ist nicht weiter überraschend, denn hier handelt es sich um Experten, die sich mit dem Space Shuttle verbunden fühlen und gute Arbeit geleistet haben. Ich kann ihre Gefühle also verstehen. Ich sage ganz ehrlich, ich bin Weltraumfan und Luftfahrtingenieur. Aber ich bin auch pragmatisch genug, um zu wissen, dass wir nicht alles machen können, sondern uns entscheiden müssen. Das war sehr schwer und manche meinen, wir hätten die falsche Entscheidung getroffen. Eigentlich war es die Entscheidung des Präsidenten. Wir haben nur die möglichen Optionen aufgezeigt. Aber ich denke, unter den gegebenen Umständen war die Entscheidung des Präsidenten richtig. Das Schicksal des Menschen im Weltraum wird auf der Erde entschieden und die Angelegenheit ist hochpolitisch. Tausende Arbeitsplätze sind gefährdet. Ganze Städte stehen vor dem Bankrott. Viele fühlen sich in ihrem Nationalstolz gekränkt. Und es wird nach Herzenslust Lobbyarbeit betrieben. Auch die Russen hatten ihre Raumfähre. Sie war einst die Zierde der sowjetischen Industrie. Heute steht sie mitten in einem kuriosen Durcheinander aus ausgemusterten Karussells und Zuckerwattemaschinen. Aufgegeben, mangels ausreichender Mittel und Perspektiven. Was also bleibt vom Abenteuer der bemannten Raumfahrt? 40 Jahre nach dem Ende des Apollo-Programms umrunden die Astronauten die Erde. Ob an Bord der Salyut- und Mührraumstationen, an Bord des Space Shuttle oder angedockt an das Hubble-Teleskop. Sie drehen mit erstaunlicher Beharrlichkeit ihrer Kreise. Einmal, hundertmal, hunderttausendmal rund um die Erde. In einer Höhe von etwa 350 Kilometern. Dabei erleben sie täglich 16 Sonnenauf- und Untergänge. Jeder Tag hat nur anderthalb Stunden. 350 Kilometer? Das ist die Entfernung von Paris nach Montbelliard. Oder von Berlin nach Nürnberg. Oder von Ouazazad nach Agadir. Haben wir die Männer und Frauen vergessen, die seit bereits elf Jahren im Weltraum leben? An Bord der Internationalen Raumstation ISS befinden sich ständig sechs Astronauten, die zweimal pro Jahr abgelöst werden. Doch wozu? Zum Vergnügen? Für die Wissenschaft? Für die Zukunft der Menschheit? Was treibt der Astronaut in seinem Domizil? Wie man aus den regelmäßigen Berichten ersehen kann, verbringt er viel Zeit damit, sein Überleben zu sichern und nicht funktionierende Systeme zu reparieren. Defekte Solarzellen, die den Energieverbrauch an Bord beschränken oder kaputte Toiletten, die ein echtes Ärgernis darstellen. Er betrachtet auch gerne die Erde, denn interessanterweise wird der Blick aus dem Weltraum unweigerlich auf den Heimatplaneten gelenkt. Alle Astronauten, die im All waren, möchten dorthin zurückkehren. Die Schwerelosigkeit hat etwas Magisches, Mozart hören und die Erde betrachten. Natürlich hat das seinen Preis, besonders in gesundheitlicher Hinsicht. Aber schließlich bekommt nicht jeder die Chance, sich die Erde von dort oben anzusehen. Steht die Erde also wieder im Zentrum des Universums? Der Astronaut hält den Blick fest auf seinen Planeten gerichtet, der ihm weder zu nah noch zu fern scheint. Und doch wirkt der Mensch verloren inmitten der ewigen Stille des unendlichen Alls, das so gar nicht für ihn gemacht ist. Für die USA hat die bemannte Raumfahrt strategische Bedeutung. Die NASA und das Weisse Haus sind der Ansicht, dass der Homo Americanus im Weltraum präsent sein muss. Nicht unbedingt ständig, aber so gut wie immer. Es musste also eine Begründung für die Raumfahrt gefunden werden, und das war die Raumstation. Man ging daran, eine riesige Raumstation mit Labormodulen für Forschungszwecke zu bauen. Es gab einige Pannen und Probleme, aber die Amerikaner rechtfertigen ihre Station damit, dass dieses Projekt unverzichtbar sei. Natürlich gibt es auch eine andere Sichtweise, nach der all das auch mit einem automatischen Labor möglich gewesen wäre. Aber statt ein automatisches Labor ins All zu schicken, hat man es vorgezogen, Menschen zu entsenden, die nicht nur bestens in Form, sondern auch sichtlich begeistert sind. Nach ihrer Rückkehr von der ISS denken die Astronauten mit Freude an ihre Expedition zurück. Mein Name ist Greg Shamethoff. Ich bin vor kurzem von der Mission STS-134 zurückgekehrt, eine Space Shuttle-Mission zur Internationalen Raumstation, deren Hauptaufgabe in der Beförderung des Alpha-Magnetspektrometers bestand. Wir mussten vier Raumspaziergänge unternehmen und waren viel mit Robotik befasst. Eine erfolgreiche Mission. Ich hatte das Glück, am letzten Raumspaziergang des letzten Shuttle-Fluges teilzunehmen. Das war sehr eindrucksvoll. Der Blick auf die fertige Raumstation, die wir in Kooperation mit 15 Ländern gebaut haben, war einfach phänomenal. Zu den Hauptaufgaben der Raumstation gehört die Bereitstellung einer orbitalen Plattform für die Materialforschung in der Mikrogravitation. Lassen sich Öl und Wasser genau wie auf der Erde trennen? Bildet ein Material im Weltraum Kristalle derselben Struktur und Größe? Solche und ähnliche Fragen sollen die Reise rechtfertigen. Im Weltraumlabor der Internationalen Raumstation wird Grundlagenforschung betrieben. Beschleunigt man einen Satelliten in einer niedrigen Umlaufbahn auf 28.000 Stundenkilometer, ist die Erdanziehungskraft praktisch aufgehoben. In diesem Zustand der Mikrogravität wirkt praktisch keine Schwerkraft mehr, weder auf den menschlichen Körper noch auf andere Lebewesen oder auf Flüssigkeiten, Gierungen. Ein solches Labor lässt sich auf der Erde nicht nachbilden. Das Problem sind die Schwingungen, denn die Raumstation vibriert. Abgesehen von den tieffrequenten Vibrationen drehen sich auch viele Ventilatoren. Was die Mikrogravität betrifft, sind die Astronauten also eher ein Störfaktor. Zunächst glaubte man, vor einer bahnbrechenden Entwicklung zu stehen, die auch die Industrie interessieren würde. Nach dem Apollo-Programm war viel die Rede von der Mikrogravität als dem neuen Eldorado der Raumfahrt. Man ging davon aus, dass Industrieunternehmen, etwa Arzneimittel und Elektronikhersteller, in diese Technologie investieren würden, um Materialien zu produzieren, die sich nur in Mikrogravität erzeugen ließen. Wir stellten jedoch schnell fest, dass Theorie und Praxis nicht übereinstimmten. Ich erinnere mich insbesondere an ein Experiment, bei dem wir mittels Elektrophorese Proteine reinigten und zu einem Reinheitsgrad von 99,8% gelangten. Aber nachdem wir dieses Experiment durchgeführt hatten, sagte der Wissenschaftler, Übrigens, auf der Erde erreichen wir derzeit 99,999%. Heutzutage ist kein Unternehmer bereit, in etwas zu investieren, das erst in 5 Jahren Gewinn abwirft. Daher werden derzeit all diese Forschungsausgaben über Steuern finanziert, also vom Staat und nicht von der Privatindustrie, da diese sich hiervon keine kurzfristigen Gewinne erhofft. Natürlich gibt es eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich für die bemannte Raumfahrt interessiert. Das sind diejenigen, die sich mit den Auswirkungen der Mikrogravität auf den menschlichen Organismus befassen. Aber dieses Interesse versteht sich irgendwie von selbst. Es dreht sich nur um sich selbst. Schwerelos dahingleiten, ohne sich allzu weit von der Erde zu entfernen. Einige Vermögende, die die Freuden der Raumfahrt erleben möchten, brauchen für die Reise zur Raumstation lediglich ein paar Millionen hinzublättern. Dieser sogenannte Weltraumtourismus ist den finanzschwachen Staaten willkommen. Es ist wirklich schändlich, dass hier ein paar Superreiche zu einem, angesichts der Kosten, sehr bescheidenen Preis fliegen dürfen. Mit dem Geld der Steuerzahler. Für sie und mich sind 20 Millionen Dollar eine Riesensumme. Aber für diese Leute ist das nichts. Man schickt also die Reichsten fast kostenlos in den Weltraum und finanziert ihren Flug aus Steuergeldern. Ich finde das unmöglich. Wie glücklich und stolz muss es diese Milliardäre machen, hoch über den gemeinen Erdenbürgern zu schweben. Jeder möchte doch gern einmal seiner gewohnten Umgebung entfliehen. Oder wie Tsiolkowski sagte, welches Kind bleibt schon ewig in seiner Wiege? Tellar de Chardin schrieb, wir entstammen dem Weltall, wie das Leben dem Meer entstammt. Ich möchte es mit Captain Kirk aus Raumschiff Enterprise sagen. Unsere Mission, wir brechen auf in unbekannte Gefilde, um Neues zu entdecken und unser Wissen zu erweitern. Angesichts der vielen Milliarden Planeten in unserer Galaxie und der Abermilliarden von Galaxien im Universum hat der Ehrgeiz der Astronauten, den Weltraum erkunden zu wollen, fast schon etwas Kindisches. In den letzten Jahrzehnten haben die Astronomen ein grundlegend neues Bild des Kosmos gezeichnet. Die Planeten, Sterne und Galaxien, von denen die Astronauten träumen, wurden von Astronomen entdeckt und erforscht. Durch ihre Teleskope betrachtet, wirkt das Universum schwindelerregend, leer und lebensfeindlich. Dennoch scheint es der Traum der Astronauten und nicht der Traum der Wissenschaftler zu sein, der die Welt bis heute begeistert. Die bemannte Raumfahrt ist eine Ideologie und eine Industrie. Bis heute wird das russische Ausbildungszentrum streng von der Außenwelt abgeschirmt. Die sogenannte Sternenstadt, nordöstlich von Moskau, hat die Wechselfälle der Geschichte überlebt. Sie ist ein Staat im Staate, mit eigenem Bürgermeister, mehreren Schulen und sogar einigen Neubauten. Das Yuri-Gagarin-Kosmonauten-Trainingszentrum besteht bereits seit den 60er-Jahren. Und eine ganze Stadt verschwindet nicht einfach von heute auf morgen. Ich mag diese Schule, weil hier mehr Disziplin herrscht. Und ich würde auch gern ins Weltall fliegen, so wie mein Großvater. Heute wird die Ankunft von Scott Kelly gefeiert, ohne seinen Zwillingsbruder. Er ist gerade mit zwei russischen Kollegen von der ISS zurückgekehrt. Ironie der Geschichte. Da die Amerikaner nun keine eigene Raumfähre mehr haben, sind sie gezwungen, regelmäßig bei den Russen zu landen. Es musste lediglich die Hymne neu eingeübt werden. Schließlich handelt es sich um ein internationales Gemeinschaftsprojekt. Die Astronauten stehen weiter im Zentrum des Systems. Sie erhalten es aufrecht und rechtfertigen es. Trotz der astronomischen Kosten, die es den beteiligten Staaten mitten in der weltweiten Krise aufbürdet. So wird das Epos mitsamt seinen Helden, Dramen und Gründungsmythen am Leben erhalten. Etwa der Mythos von Yuri Gagarin, an den bei dieser Feierlichkeit erinnert wird. Vor 50 Jahren war er der erste Mensch im Weltraum. Seine Kollegen, all die ewigen Ersten, haben sich heute im Kreml versammelt. Sie sind bereits mit zahlreichen Orden behängt. Das bringt dieser Beruf so mit sich. Doch was wird an diesem Abend in Moskau wirklich gefeiert? Der Heldenmut der Astronauten? Oder der Sieg einer Illusion? Tatsächlich ist eine echte bemannte Raumfahrt wohl unmöglich. Nicht, weil die derzeitige Technologie hierfür ungeeignet wäre. Nein, es ist die Natur mit ihren unüberwindlichen physikalischen Gesetzen, die Reisen ins All undurchführbar macht. Der Kosmos ist zu gewaltig für den Menschen. Die Entdeckung des Universums wird weitergehen. Auf Galilei, Newton und Einstein werden neue Genies folgen. Doch zukünftige Forschungsreisen werden allein im Geiste stattfinden. Ihre nächste Forschungsreise ins All startet schon morgen. Wissenschaftler machen sich auf die Suche nach außerirdischem Leben. Und wir folgen ihnen im zweiten Abend zur Feier der Nacht der Sterne ab 20.15 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017